hi freunde mir wurde hier wieder ein ganz geiler serienfehler zugeschickt bei tool enough man schaut mal gleich jetzt hier in der szene wenn kurken sich was ins glas rein macht irgendwie whisky oder rum oder was auch immer schaut mal genau auf das glas da macht sie sich was rein man konnte auch mal genau hören dass sie sich was reingemacht hat da ist es jetzt leer jetzt ist es immer noch leer obwohl sie sich gerade was reingemacht hat so schnell konnte sie es glaube ich nicht ausdrinken aber das witzige kommt jetzt und da kann man sehen dass wieder was drin ist da ging alles hin und her so jetzt wieder leer gut jetzt hätte ich auch ausgedrungen haben können aber trotzdem was denkt ihr ich finde den geil falls du noch mehr serienfehler oder filmfehler schickt sie mir gerne zu wie immer und vergesst natürlich nicht da ist etwas drin vergesst nicht das bloß wegzumachen und auch zu liken und zu kommentieren am besten auch und wir sehen uns beim nächsten video bis dahin macht's gut 1990 zu in 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 reingesteckt.